Dein Richter und Henker ist ausgestiegen Doch hier endet die Strähne vom Glück für dich Spaß Der verfettete rappende Hancock ließ dich links liegen Doch jetzt wird Delay um die Ecke gebracht Jetzt kommt der, der dich per Elektroshop wegrotzt Und exzt wie Pep und Sternburg Export auf Techno Du wirst gefickt wie Spielzeug vom Sexshop Im Endspurt Tempo von Sonic the Hedgehog Ich richte den Vektor der Heckler direkt auf den Kack Mit den Tufel, den perfekten Hedgehog Gebe den Disrespekt, den ich Backbox Doch auf Rektor, weil die Flasche diesen Druck nicht tragen kann Und ich ihn mit dem Sackgurken treffe, bis er aussieht wie Let's Go Hallo Noah, bin dabei für dich den Part hier zu schreiben Und ich merke, ja, der ist einfach nur scheiße Der Typ hält sich sogar selber für wack Der Satz in Niki, da postet die Zeiten dazu Damit man besser skippen kann Ich bin mir sicher, dass wir seinen Turnierverlauf beenden Denn der hält's für nötig, seine Wacken Leid's doch zu erklären? Ich bin mir sicher, dass der hier hochfliegt Aber hallo Misch, Mensch, bitte schieb mich nicht auf B Ihr seid 14 und ihr raucht Echt krasse Boys Bin denn am Video? Echt krasse Boys Donnie, geh, wenn weiterkommen und du denkst, bei dir läuft Aber Raptation schweig von deiner Runde enttäuscht Echt krasse Boys Ich sagte doch, echt krasse Boys Und du sagst, du bekommst Hate wegen dem 2001-San Doch du bist einfach nicht halt, Mann Oh Johnny, sei dir sicher, dass jetzt Fakt ist Dass du nirgendwo, nirgendwie, nirgendwann relevant bist, Spasti Ey, auf dich scheißt einfach jeder Deshalb tickst du auch den Namen eines Minecraft-Let's-Players Ey, und ich verprügel den Fakt Und nimm sein Taschengeld und alle seine Y-Zilons weg Ich hab keinen Plan, wer du bist, doch sind wir mal ehrlich Gewinn nur, doch allein schon durch die Features Herrlich Mann, ich wollte keine Hook streiten, doch ich habe mir gedacht Gib dir einen Ruck, weil ich diese Scheiße abmische Gegen Delay, ey, du wirst fliegen Es würde sich lohnen, wiederzugehen, wiederzugehen Mann, ich wollte keine Hook streiten, doch ich habe mir gedacht Gib dir einen Ruck, weil ich diese Scheiße abmische Gegen Delay, ey, du wirst fliegen Es würde sich lohnen, wiederzugehen, wiederzugehen Ey, Delay, wer kann die Fotze schon leiden? Digga, dein Sexleben ist wie die Runde gegen Korne, Alter. Fast 6 Minuten anstrengen, um dann am Ende doch nichts zu reißen.